Nathaniel Nathaniel Sie sah sich stürmrunzelnd im Zimmer um. Hier riecht es ja so nach Kerzen, sagte sie. Und Räucherwerk? Du hast doch nicht etwa heimlich geübt? Nein, Miss Underwood. Im Stillen verfluchte Nathaniel seinen Leichtsinn. Er hatte das Fenster öffnen wollen, damit sich der Gestank verflüchtigte, doch am vergangenen Abend war er so müde gewesen, dass er es schlicht vergessen hatte. Es passiert manchmal. Die Gerüche aus Mr. Underwoods Labor ziehen durch das ganze Haus bis nach hier oben. Komisch. Ist mir noch nie aufgefallen. Sie schnupperte noch einmal. Nathaniels Blick wurde hypnotisch von einer Ecke seines Teppichs angezogen, unter der zu seinem Entsetzen der Rand eines Pentagramms verräterisch hervorliegte. Mit äußerster Überwindung riss er den Blick davon los, simulierte einen heftigen Hustenanfall und das lenkte Mrs. Underwood ab. Sie reichte ihm den Becher heiße Zitrone. Er trinkt das, mein Lieber. Und dann schlaf ein bisschen, sagte sie. Ich sehe gegen Mittag wieder nach dir. Als sie wiederkam, war das Fenster längst geöffnet, das Zimmer ausgiebig gelüftet und der Fußboden unter dem Teppich sauber geschrubbt worden. Nathaniel lag im Bett. Sein neuer Name, den ihm Mrs. Underwood offensichtlich so schnell wie möglich einprägen wollte, klang in seinen Ohren fremd und falsch, beinahe ein bisschen lächerlich. John Mandrake. Das mochte zu den Zauberern in den Geschichtsbüchern passen, aber wohl kaum zu einem triefnasigen, schnupfengeplaten Jungen. Es würde ihm schwer fallen, sich an seine neue Identität zu gewöhnen und noch schwerer, seinen alten Namen zu vergessen. Daran würde ihn allein schon Bartimaeus hindern. Trotz seiner Vorsichtsmaßnahme, der Tabakdose auf dem Grund der Temse, fühlte sich Nathaniel nicht besonders unangreifbar. So sehr er sich auch bemühte, nicht daran zu denken, die Angst kehrte immer wieder, wie ein schlechtes Gewissen, das einen Pi sagte und einem keine Ruhe ließ. Vielleicht hatte er etwas Entscheidendes vergessen, das der Dämon ausnutzen konnte. Vielleicht schmiedete Bartimaeus in eben diesem Moment schon Rachepläne, statt wie befohlen, Lovelace auszuspionieren. Er lag zwischen Orangenschalen und zerknüllten Papiertaschentüchern in den Kissen und seine Gedanken kreisten endlos um die unzähligen, unerfreulichen Möglichkeiten. Die Versuchung, den Zauberspiegel unter den Dachziegeln hervorzuholen und Bartimaeus zu beobachten, war groß. Aber er wusste, wie unvernünftig das gewesen wäre. Er fühlte sich benommen, seine Stimme war nur ein heiseres Krächzen und er war so schwach, dass er sich nicht einmal aufsetzen, geschweige denn einen kleinen, streitlustigen Kobold im Zaum halten konnte. Vorerst mußte er den Djinn wohl oder übel sich selbst überlassen. Bestimmt würde alles gut gehen. Dank Mrs. Underwoods Pflege war Nathaniel am dritten Morgen wieder auf den Beinen. Gerade noch rechtzeitig, sagte sie. Heute ist unser großer Abend. Wer kommt denn noch alles? fragte Nathaniel. Er saß im Schneidersitz auf dem Küchenfußboden und putzte seine Schuhe. Alle 300 amtierenden Minister, ihre jeweiligen Ehepartner, einige ausgewählte, benannte Gehilfen und ein paar Emporkömmlinge, unbedeutendere Zauberer aus Militär und öffentlichem Dienst, die kurz vor der Beförderung stehen, aber noch nicht die richtigen Leute kennen. Es ist immer eine gute Gelegenheit, zu beobachten, wer auf dem aufsteigenden und wer auf dem absteigenden Ast ist John, von der Kleiderfrage ganz zu schweigen. Im Sommer sind ein paar Ministerinnen in Kaftanen im Samarkand-Stil erschienen, ziemlich gewagt, hat sich aber natürlich nicht durchgesetzt. Ach John, konzentrier dich bitte! Er hatte die Schuhbürste fallen lassen. Tut mir leid, Miss Underwood ist mir so aus der Hand gerutscht. Wieso denn Samarkand? Was ist daran so schick? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Wenn du mit den Schuhen fertig bist, kannst du gleich mit der Jacke weitermachen. Es war Samstag. Daher fand kein Unterricht statt, der Nathaniel ein wenig von der Aufregung hätte ablenken können, die ihn jedes Mal befiel, wenn er an das bevorstehende Ereignis dachte. Im Lauf des Tages wurde es immer schlimmer. Um drei Uhr, Stunden vor der Abfahrt, hatte er bereits seine besten Kleider angezogen und streifte unruhig durch das Haus. Bis Mr. Underwood schließlich den Kopf aus seinem Schlafzimmer streckte und ihm ärgerlich Einhalt gebot. Hör auf herumzutrampeln, Junge! Jetzt springt noch der Schädel! Oder möchtest du heute Abend lieber zu Hause bleiben? Nathaniel schüttelte betreten den Kopf und ging auf zehn Spitzen hinunter in die Bibliothek, wo er aus der Schusslinie war. Dort beschäftigte er sich damit, neue Bandsprüche für mittlere Djinn auswendig zu lernen. Auf diese Weise brachte er die Zeit einigermaßen herum. Er brütete eben über der schwierigen Formel für das scharfzackige Pendel, als der Zauberer hereinstürmte. Sein bester Mantel flatterte hinter ihm her. Hier steckst du, Schwachkopf! Ich habe schon im ganzen Haus nach dir gerufen! In einer Minute wären wir ohne dich losgegangen! Tut mir leid, Sir, ich habe gelesen. Aber bestimmt nicht in diesem Buch, du Dussel! Willst du mich veralbern? Das kommt erst in der vierten Stufe dran und außerdem ist es auf Koptisch. Das lernst du sowieso nie. Du bist eingeschlafen, gib's zu! Jetzt aber, Dalli, sonst bleibst du wirklich hier! Als sein Meister ins Zimmer getreten war, hatte Nathaniel tatsächlich gerade die Augen geschlossen, denn auf diese Weise konnte er sich das Gelernte besser einprägen. Alles in allem war das vielleicht ganz gut so, sonst hätte er sich eine andere Erklärung aus den Fingern saugen müssen. Schon lag das Buch auf dem Stuhl und der Gehilfe eilte in kindlicher Hast und mit klopfendem Herzen hinter seinem Meister den Korridor entlang und durch die Haustür in die Nacht hinaus, wo Mrs. Underwood in einem schimmernden grünen Kleid und mit einer Art pelziger Anaconda, die sie lose um den Hals geschlungen hatte, lächelnd neben dem großen schwarzen Auto wartete. Nathaniel hatte erst ein einziges Mal im Wagen seines Meisters gesessen und daran konnte er sich nicht mehr erinnern. Er stieg hinten ein und bestaunte die glatten, glänzenden Lederpolster und den sehr künstlich richtenden Dufttannenbaum, der am Rückspiegel baumelte. »Setz dich ordentlich hin und mach keine Tabse an die Scheiben!« Mr. Underwoods Augenbrauen blickten ihn finster aus dem Spiegel an. Nathaniel lehnte sich zurück, legte brav die Hände in den Schoß und los ging die Fahrt zum Parlament. Sie fuhren nach Süden. Nathaniel schaute aus dem Fenster. Londons zahllose Lichter, Scheinwerfer, Schaufenster, Straßenlaternen, erleuchtete Wohnungen, Wachkugeln, zuckten in rascher Folge über sein Gesicht. Er starrte mit aufgerissenen Augen hinaus und zog alles begierig in sich auf. Ein Ausflug in die Stadt war schon für sich genommen ein Erlebnis, das Nathaniel, der sein Wissen über die Außenwelt hauptsächlich aus Büchern bezog, allzu selten widerfuhr. Gelegentlich, wenn er Kleidung oder Schuhe brauchte, nahm ihn Mrs. Underwood im Bus zum Einkaufen mit und einmal, als Mr. Underwood geschäftlich unterwegs gewesen war, war sie mit ihm in den Zoo gegangen. Doch er war nur selten aus Highgate herausgekommen, abends schon gar nicht. Wie gewöhnlich war es die schiere Größe, die ihm den Atem verschlug, die unzähligen Straßen und Sträßchen, die Lichtbänder, die sich in alle Himmelsrichtungen wandten. Die meisten Häuser sahen ganz anders aus als die Häuser in der Straße, in der sein Meister wohnte. Sie waren viel kleiner, schäbiger, dichter zusammengedrängt. Oft schienen sie sich um große, fensterlose Gebäude mit flachen Dächern und hohen Schornsteinen zu scharen, wahrscheinlich Fabriken, in denen sich die Gewöhnlichen zu irgendwelchen langweiligen Tätigkeiten anfanden. Daher interessierten sie Nathaniel nicht besonders. Auch die Gewöhnlichen selbst waren zu besichtigen, Nathaniel wunderte sich jedes Mal, wie viele es davon gab. Trotz der Dunkelheit und des abendlichen Nieselregens waren sie in erstaunlich großer Zahl unterwegs. Sie wuselten umher wie die Ameisen in Mr. Underwoods Garten, gingen in Läden ein und aus und verschwanden ab und an in heruntergekommenen Eckkneipen, durch deren matte Scheiben warmes, orangefarbenes Licht nach draußen drang. Jeder Kneipeneingang hatte seine eigene Wachkugel. Sie schwebte unübersehbar über den Türsturz und hüpfte dunkelrot blinkend auf und ab, wenn jemand darunter hindurchging. Sie waren eben an einer Kneipe vorbeigefahren, ein besonders großes Exemplar in einem U-Bahnhof, als Mr. Underwood mit der Faust so laut auf das Armaturenbrett hieb, dass Nathaniel zusammenzuckte. »Da ist eine Martha!« rief er. »Und zwar von der übelsten Sorte! Wenn es nach mir ginge, müsste die Nachtpolizei gleich morgen eine Razzia durchführen und sie allesamt mitnehmen!« »Es muss doch nicht immer gleich die Nachtpolizei sein, Arthur!« sagte seine Frau gequält. »Es gibt bestimmt bessere Methoden, sie umzuerziehen.« »Du hast doch keine Ahnung, Martha! Zeig mir irgendeine Londoner Kneipe und ich zeige dir, wo sich die Gewöhnlichen versammeln!« »Auf dem Speicher, im Keller, in einem Geheimzimmer hinter der Theke! Ich kenne mich aus!« »Unsere Abteilung für innere Angelegenheiten hat schon viele solcher Razzien durchgeführt.« »Aber wir haben nie Beweise sichergestellt und auch keins der gesuchten Stücke, deretwegen wir gekommen sind. Wir finden immer nur leere Räume vor, ein paar Tische und Stühle. Glaub mir, der ganze Ärger nimmt in Spelunken wie der da sein Anfang.« »Der PM muss endlich etwas unternehmen!« »Aber wer weiß, was sie bis dahin schon alles angerichtet haben! Mit Wachkugeln allein ist das nicht getan! Diese Drecklöcher gehören bis auf die Grundmauer niedergebrannt! Das habe ich Duval heute Nachmittag auch gesagt, aber auf mich hört natürlich mal wieder keiner!« Nathaniel hatte schon früh gelernt, keine Fragen zu stellen, ganz gleich, wie sehr ihn etwas interessierte. Er spähte durch die Heckscheibe und sah die orangefarbenen Kneipenlichter kleiner werden und schließlich verlöschen. Jetzt kamen sie ins Zentrum, wo die Gebäude höher und prächtiger waren, wie es der Hauptstadt eines Weltreichs geziemte. Auf den Straßen sah man mehr Privatautos, die Ladenfronten wurden breiter und prunkvoller und zwischen den gewöhnlichen bummelten auch Zauberer die Bürgersteige entlang. »Wie geht's dir da hinten, mein Lieber?« erkundigte sich Mrs. Underwood. »Danke, gut, Mrs. Underwood. Sind wir bald da?« »Es dauert nicht mehr lange, John.« Sein Meister warf einen Blick in den Rückspiegel. »Lange genug, um dich zu warnen,« sagte er. »Ich wünsche, dass du mir heute Abend keine Schande machst. Wir befinden uns dort in Gesellschaft der wichtigsten Zauberer dieses Landes, Männer und Frauen, deren Fähigkeiten deine Vorstellungskraft bei weitem übersteigen. »Wenn du dich daneben benimmst, ist mein Ruf ruiniert.« »Du weißt, was mit Disraelis Gehilfen passiert ist?« »Nein, Sir.« Es geschah ebenfalls anlässlich einer Regierungserklärung. Als Disraeli gerade den anderen Gästen vorgestellt wurde, stolperte sein Gehilfe auf der Treppe von Westminster Hall, prallte gegen seinen Meister und stieß ihn kopfüber die Stufen hinunter. »Disraelis Sturz wurde von der Herzogin von Argyle aufgehalten, einer zum Glück gut gepolsterten Dame.« »Ja, Sir.« Disraeli stand auf und entschuldigte sich mit ausgesuchter Höflichkeit bei der Herzogin. Dann drehte er sich nach seinem Gehilfen um, der zitternd und schluchzend oben an der Treppe stand und klatschte in die Hände. Der Gehilfe sank mit flehend ausgestreckten Armen auf die Knie, aber das half ihm nichts. Es wurde etwa 15 Sekunden stockfinster in der großen Halle. Als es wieder hell wurde, war der Gehilfe verschwunden. Dort, wo er gekniet hatte, stand eine Figur aus massivem Gusseisen. In den flehend erhobenen Händen hielt sie einen eisernen Schaber, an dem sich seit nunmehr 150 Jahren jeder, der die Halle betritt, die Schuhsohlen abstreifen kann. Ehrlich, Sir? Kann ich die Figur nachher mal sehen? Damit meine ich, dass es demnächst einen dazu passenden Hutständer gibt, falls du mich irgendwie in Verlegenheit bringst, Junge. Haben wir uns verstanden? Allerdings, Sir. Nathaniel nahm sich vor, demnächst die Versteinerungsformel nachzuschlagen. Er glaubte, sich zu erinnern, dass sie etwas mit der Beschwörung eines Afriten von beträchtlicher Macht zu tun hatten. So wie er die Fähigkeiten seines Meisters einschätzte, bezweifelte er, dass dieser zu etwas Vergleichbarem überhaupt imstande war. Im Halbdunkel wuschte er ein Lächeln über sein Gesicht. »Bleib immer hinter mir,« fuhr Mr. Underwood fort. »Sprich nur, wenn ich es dir ausdrücklich erlaube, und glotz die anderen Zauberer nicht an, egal wie missgestaltet sie aussehen. Und jetzt sei still, wir sind da, ich muss mich konzentrieren.« Der Wagen wurde langsamer und schloss sich einer Prozession schwarzer Fahrzeuge an, die auf der breiten grauen Fahrbahn der Whitehall dahin rollten. Erst kamen sie an einer Reihe Denkmäler für die siegreichen Magier des viktorianischen Zeitalters und die gefallenen Helden des großen Krieges vorbei, danach an einigen wuchtigen, stilisierten Skulpturen, die verschiedene Tugenden verkörperten. Vaterlandsliebe, Achtung vor der Obrigkeit, die ergebene Ehefrau. Dahinter erhoben sich die schmucklosen, vielfenstrigen Bürogebäude, in denen die Behörden untergebracht waren. Die Wagenkolonne bewegte sich nur noch im Schneckentempo voran. Jetzt erst fielen Nathaniel die kleinen Gruppen schweigender Passanten auf, die den vorübergleitenden Autos nachsahen. Soweit er es beurteilen konnte, wirkten sie bestenfalls verdrossen, wenn nicht gar feindselig. Die meisten hatten schmale, ausgemerkelte Gesichter. Etwas weiter weg standen große Männer in grauen Uniformen und behielten die Menge unauffällig im Auge. Alle, Polizisten wie gewöhnliche, machten einen ziemlich verfrorenen Eindruck. Geschützt in dem bequemen Wagen überkam Nathaniel wohlige Selbstzufriedenheit. Endlich gehörte er zu den Eingeweihten, war sogar ins Parlament eingeladen. Er war etwas Besonderes, er hob sich von der Masse ab. Ein gutes Gefühl. Zum ersten Mal in seinem Leben verspürte er die träge Heiterkeit, die leicht erworbene Macht mit sich bringt. Jetzt hatte der Wagen den Parliament Square erreicht. Sie bogen nach links ab und fuhren durch ein schmiedeeisernes Tor. Mr. Underwood zückte einen Ausweis, man winkte sie durch, dann überquerte der Wagen einen Kopfstein gepflasterten Vorplatz und rollte über eine Rampe in ein unterirdisches, neonbeleuchtetes Parkhaus. Mr. Underwood suchte sich eine freie Parkbucht und stellte den Motor ab. Im Fond grub Nathaniel die Finger in den Ledersitz. Er bebte vor unterdrückter Vorfreude. Sie waren da. Sie gingen an einer endlosen Reihe glänzender schwarzer Autos entlang zu einer zweiflügeligen Metalltür. Inzwischen war Nathaniel zu aufgeregt, um seine Umgebung noch richtig wahrzunehmen. Er war so verwirrt, dass er die beiden schlanken Wachposten, von denen sie an der Tür aufgehalten wurden, kaum wahrnahm und auch nicht, dass sein Meister drei Plastikausweise hervorzog, die überprüft und dann zurückgegeben wurden. Er registrierte weder den Eichenholz getäfelten Aufzug, noch die kleine rote Kugel, die sie von der Aufzugdecke aus beobachtete. Erst als sich die Aufzugtüren wieder öffneten und sie in die prachtvolle Es war ein riesiger hoher Saal mit einem steilen Dachgewölbe aus vom Alter geschwärzten Holzbalken. Wände und Boden bestanden aus großen glatten Steinplatten und die reich verzierten Spitzbogenfenster waren mit kunstvollen Mustern aus bunten Glas versehen. Auf der gegenüberliegenden Seite öffneten sich unzählige Fenster und Türen zu einer Terrasse, die hoch über dem Fluss lag. Von der Decke und von Messinghaltern an den Wänden hingen gelbe Laternen. In der Halle selbst standen oder spazierten schon ungefähr 200 Leute herum, doch der Raum war so groß, dass er trotzdem so gut wie leer wirkte. Nathaniel schluckte beklommen. Mit einem Mal kam er sich wieder schrecklich unbedeutend vor. Er stand neben Mr. und Mrs. Underwood am oberen Absatz einer Treppe, die in einem eleganten Bogen in den Saal hinunter führte. Ein schwarz gekleideter Diener trat lautlos an sie heran und nahm Mr. Underwood den Mantel ab. Ein andere forderte sie mit einladender Handbewegung auf, die Stufen hinunter zu steigen. Auf dem Treppen Absatz erregte eine stumpfgraue Statue Nathaniels Aufmerksamkeit. Ein kniender, altmodisch gekleideter Junge mit aufgerissenen Augen. In den erhobenen Händen hielt er einen Schuhabstreifer. Obwohl sich die Einzelheiten seiner Züge noch ein so seltsam flehender Ausdruck ab, dass es Nathaniel kalt über den Rücken lief. Er ging rasch weiter, warte jedoch gebührenden Abstand von seinem Meister. Unten angekommen blieben sie stehen. Sofort eilten Dina herbei und boten ihnen Champagner, den Nathaniel gern probiert hätte, und Zitronenlimonade an, die er nicht probieren wollte, aber nehmen musste. Mr. Underwood trank einen großen Schluck und ließ den Blick unruhig über die Gäste schweifen. Mrs. Underwood schaute mit geistesabwesendem, verträumten Lächeln um sich. Nathaniel nippte an seiner Limonade und sah sich ebenfalls um. Überall schlenderten lachende, schwatzende Zauberer jeden Alters umher, die Halle war ein einziges Gewimmel aus schwarzen Anzügen und eleganten Abendkleidern in Lampenlicht blitzenden Zähnen und funkelndem Schmuck. An den Türen waren Männer mit unbewegten Gesichtern postiert. Sie trugen alle die gleichen grauen Jacken und Nathaniel vermutete, dass es sich um Polizisten oder um für die Sicherheit verantwortliche Zauberer handelte, die bereit waren, beim geringsten Anzeichen von Unruhe ihre Gin zu rufen. Er konnte aber trotz seiner Linsen keine übernatürlichen Wesen im Saal ausmachen. Stattdessen fielen ihm etliche großspurig auftretende Jungen und sich betont gerade haltende Mädchen auf, bei denen es sich offensichtlich ebenfalls um Gehilfen handelte. Sie plauderten ausnahmslos ungezwungen mit den anderen Gästen und schienen überhaupt nichts dabei zu empfinden. Plötzlich wurde Nathaniel bewusst, wie verlegen sein Meister und Mrs. Underwood herumstanden, abseits von den anderen Gästen und von diesen unbeachtet. Sollten wir uns nicht mit jemandem unterhalten? erlaubte er sich zu fragen. Mr. Underwood warf ihm einen giftigen Blick zu. Hab ich dir nicht gesagt? Er unterbrach sich, um einen dicken Mann, der gerade die Treppe herunter kam, überschwänglich zu begrüßen. Grigori! Grigori wirkte nicht sonderlich begeistert. Hallo Underwood. Wie schön Sie zu sehen! Mr. Underwood ging auf den Mann zu und stürzte sich in seinem Eifer ein Gespräch zu Beginn förmlich auf ihn. Seine Frau und Nathaniel ließ er einfach stehen. Will er uns den gar nicht vorstellen? fragte Nathaniel enttäuscht. Mach dir nichts draus, mein Lieber. Für deinen Meister ist es wichtig, mit bestimmten Leuten zu sprechen. Wir brauchen das nicht. Aber wir können uns ein bisschen umsehen. Das macht Ich muss schon sagen, dieses Jahr sind alle schrecklich konservativ angezogen. Ist der Premierminister hier irgendwo, Mrs. Underwood? Sie reckte den Hals. Ich glaube nicht, mein Lieber, nein, noch nicht. Aber da drüben ist Mr. Duvall, der Polizeichef. Nicht weit entfernt stand ein stämmiger Mann in grauer Uniform und hörte geduldig zwei jungen Frauen zu, die gleichzeitig auf ihn einzureden schienen. Ich habe ihn mal kennengelernt, ein ganz reizender Mann und natürlich sehr einflussreich. Warte mal, wen haben wir denn noch? Meine Güte, siehst du die Dame dort drüben? Nathaniel sah sie. Sie war erschreckend dünn, hatte weißes, kurz geschorenes Haar und ihre Finger schlossen sich wie Vogelkrallen um den Stiel ihres Glases. Das ist Jessica Whitwell. Sie ist eine sehr berühmte Zauberin und hat irgendwas mit der Sicherheit zu tun. Vor zehn Jahren hat sie die tschechischen Unterwanderer Ding festgemacht. Die haben einen Mariden auf sie angesetzt, aber sie hat ein Vakuum geschaffen, das ihn verschluckt hat. Und das alles hat sie ganz allein geschafft, ohne größere Verluste. Also mach später lieber einen großen Pucken um sie, John, schloss Mrs. Underwood lachend und trank ihr Glas aus. Sofort stand ein Diener neben ihr und füllte es fast bis zum Rand nach. Auch Nathaniel lachte. Wie so oft färbte in Mrs. Underwoods Gesellschaft etwas von ihrer Fröhlichkeit auf ihn ab. Seine Anspannung ließ ein wenig nach. Achtung, Achtung, der Herzog und die Herzogin von Westminster. Zwei leverierte Pagen eilten vorüber und rempelten Nathaniel zänkisch aussehende Frau mit einem altmodischen schwarzen Kleid, einem goldenen Fußkettchen und herrischer Miene bahnte sich mit den Ellenbogen ihren Weg durch das Gedränge, gefolgt von einem angespannt wirkenden Mann. Mrs. Underwoods sah ihnen stirnrunzelnd nach. Was für eine grässliche Person! Ich weiß wirklich nicht, was der Herzog an ihr findet. Sie trank noch einen Schluck Champagner. Und da kommt Scholte Pinn, dem das große Geschäft an der Piccadilly Straße gehört. Nathaniel beobachtete, wie ein großer, dicker Mann in einem weißen Leinenanzug auf zwei Krücken die Treppe herunterhumpelte. Jeder Schritt schien ihm zu schmerzen. Er hatte das Gesicht voller Schürfwunden und das eine Auge war ganz blau und zugeschwollen. Zwei Diener umschwirrten ihn und bahnten ihm den Weg zu einer Sitzgruppe an der Allerdings offenbar hatte er einen schlimmen Unfall. Vielleicht hat er irgendetwas Falsches geliefert bekommen. Der arme Mann. Vom Champagner beflügelt lieferte Mrs. Underwood Nathaniel Kurz Biografien der meisten bedeutenden Männer und Frauen, die jetzt nach und nach eintrafen. Es war die Crème de la Crème aus Regierung und Gesellschaft, die einflussreichsten Persönlichkeiten Londons und damit der ganzen Welt. Während ihm Mrs. Underwood die Verdienste und Heldentaten schilderte, wurde sich Nathaniel umso mehr bewusst, was für ein Niemand er war, verglichen mit all diesem Ruhm und dieser Macht. Das Selbstbewusstsein, das ihn während der Autofahrt einen Augenblick lang erfüllt hatte, war verflogen und an seine Stelle traten quälende Minderwertigkeitsgefühle. Mehrmals erspähte er seinen Meister, der stets am Rand einer Gruppe stand, im besten Falle geduldet und oft einfach ignoriert. Seit dem Zwischenfall mit Lovelace war sich Nathaniel darüber im Klaren, wie unfähig Underwood war und der heutige Abend bewies das einmal mehr. Seine Kollegen wussten genau, dass er ein schwacher Mann war. Nathaniel knirschte erbittert mit den Zähnen. So hatte er sich seine Einführung in die Gesellschaft nicht vorgestellt, als verachtenswerter Gehilfe eines verachtenswerten Zauberers. Das hatte er nicht verdient. Mrs. Underwood zupfte ihn am Ärmel. Da, siehst du ihn, John? Das ist er, das ist er. Wer? Rupert Devereaux, der Premierminister. Nathaniel hatte keine Ahnung, wo er plötzlich hergekommen war. Aber da stand er. Ein kleiner, schlanker Mann mit hellbraunem Haar im Mittelpunkt eines Knäuels drängelnder, schubsender Smokings und Cocktailkleider, dem zum Trotz er auf wundersame Weise Würde und Gelassenheit bewahrte. Er hörte zu, nickte und lächelte freundlich. Der Premierminister, der mächtigste Mann Großbritanniens, vielleicht der ganzen Welt. Sogar von Weitem empfand Nathaniel glühende Bewunderung. Er wünschte sich nichts sehnlicher als hinzugehen, den Premierminister aus der Nähe zu sehen und zu hören, was er sagte. Er spürte, dass es dem ganzen Saal genauso erging, dass sich unter der Oberfläche jedes Gesprächs die Aufmerksamkeit aller Beteiligten nur auf diesen einen Mann richtete. Doch noch während Nathaniel hinüberstarrte, wurde das Gedränge dichter und entzog die schlanke drahtige Gestalt seinen Blicken. Nur widerwillig wandte sich Nathaniel ab. Bekümmert nahm er einen Schluck von seiner Limonade und erstarrte. Am Fuß der Treppe standen zwei Zauberer. Sie waren fast die einzigen Anwesenden, die von dem Trubel und dem Premierminister keine Notiz nahmen und stattdessen die Köpfe zusammensteckten und sich angeregt unterhielten. Nathaniel atmete tief durch. Er kannte die beiden. Sehr gut sogar, denn nach jenem demütigenden Vorfall im vergangenen Jahr hatten sich ihm ihre Gesichter unauslöschlich eingeprägt. Der alte mit dem roten runzligen Gesicht war noch verhunzelter und gebeugter als damals und neben ihm stand der jüngere mit dem fischigen Gesicht. Das strähnige Haar reichte ihm bis über den Kragen. Lovelace Freunde. Wo sie waren, konnte Lovelace nicht weit sein. Nathaniel spürte ein unangenehmes Prickeln im Magen, ein Schwächegefühl, das ihm überhaupt nicht behagte. Er fuhr sich mit der Zunge über die trockenen Lippen. Nur die Ruhe. Es gab keinen Grund Angst zu haben. Lovelace hatte keinerlei Anlass, das Verschwinden des Amuletts mit ihm in Verbindung zu bringen, selbst wenn sie einander im Lauf des Abends irgendwann gegenüber stehen sollten. Seine Kundschafter konnten die Aura des Amulettes nur wahrnehmen, wenn sie Underwoods Haus durchsuchten. Ihm konnte nichts passieren. Im Gegenteil, er an seine Feinde heranschlich, konnte er vielleicht verstehen, worüber sie sich unterhielten. Er schaute sich um. Mrs. Underwood achtete nicht auf ihn. Sie plauderte mit einem kleinen untersetzten Herrn und brach gerade in schallendes Gelächter aus. Nathaniel schlängelte sich durch die Menge und hielt auf die Treppe zu, neben der die beiden Zauberer standen. Auf halbem Weg bemerkte er, wie sich der Alte mitten im Satz unterbrach und zur Galerie hinauf sah. Nathaniel folgte seinem Blick. Ihm stockte das Herz. Dort oben stand er. Simon Lovelace mit erhitztem Gesicht und außer Atem. Offenbar war er eben erst gekommen. Hastig streifte er den Mantel ab und warf ihm einen Diener zu, dann strich er sich über das Revers und eilte die Treppe hinunter. Er sah noch genauso aus, wie ihn Nathaniel in Erinnerung hatte. Die Brille, das mit Gel zurückgekämmte Haar, die energischen Bewegungen, der breite Mund, der jedes Mal, wenn ihn jemand begrüßte, ein Lächeln an und sofort wieder ausknipste. Mit forschem Schritt kam er die Stufen herunter, verschmähte den dargebotenen Champagner und gesellte sich unverzüglich zu seinen Freunden. Nathaniel legte einen auslief, auf dem eine Marmorvase thronte. Rechts, hinter der Vase, erspähte er den Hinterkopf des Fischigen, links das Jackett des Alten. Lovelace selbst war soeben zu den beiden gestoßen, befand sich aber außerhalb von Nathaniels Gesichtsfeld. Die Vase schützte ihn davor, selbst gesehen zu werden. Er schob sich noch ein paar Schritte näher heran und lehnte sich in, wie er hoffte, einigermaßen lässiger Haltung an den geschnitzten Sockel. Dann spitzte er die Ohren, um die Stimmen der drei Zauberer aus dem allgemeinen Stimmgewirr herauszufiltern. Lovelace sagte gerade in schroffen gereiztem Ton, Bis jetzt noch kein Glück gehabt. Ich habe alles versucht. Keins der Wesen, die ich beschworen habe, konnte mir sagen, wer dahinter steckt. Tja, offenbar hast du bloß deine Zeit verplempert. Das war der schwere Akzent des Alten. Woher sollen die anderen Dämonen das schließlich auch wissen. Es ist nicht meine Art, etwas unversucht zu lassen, aber du hast recht, auch die Suchkugeln haben nichts gebracht. Vielleicht müssen wir unsere Vorgehensweise ändern. Hast du meine Nachricht erhalten? Ich finde, wir sollten die Sache abblasen. Abblasen? Eine dritte Stimme, vermutlich die das Fischigen. Ich kann immer noch dem Mädchen die Schuld geben. Ich halte das nicht für klug. Der Alte sprach so leise, dass ihn Nathaniel kaum verstehen konnte. Wenn du die Sache jetzt absagst, ist Devereaux erst recht schlecht, auf dich zu sprechen. »Tut mir leid, aber wisst ihr, was mich rasend macht? Derjenige ist garantiert hier, irgendwo im Saal, beobachtet mich und lacht sich ins Fäustchen. Wenn ich rauskriege, wer das war, dann...« »Nicht so laut, Loveless«, zischte der Fischige wieder. »Vielleicht sollten wir lieber woanders hingehen, wo wir ungestört sind, Simon.« Nathaniel zuckte hinter seinem Sockel zusammen, als hätte er einen elektrischen Schlag bekommen. Die drei Zauberer setzten sich in Bewegung. Es wäre nicht sehr günstig, hier von ihnen gestellt zu werden. Rasch verließ Nathaniel sein Heuchposten und verzog sich ein paar Schritte ins Gedränge. Als er weit genug weg war, drehte er sich um. Loveless und seine Freunde hatten sich kaum von der Stelle gerührt. Eine ältere Zauberin war zu ihnen getreten und sprach eifrig auf sie ein, zum sichtlichen Missvergnügen des Trios. Nathaniel nahm einen Schluck aus seinem Glas und sammelte sich. Er hatte nicht alles verstanden, was die drei geredet hatten, doch Loveless war erfreulich wütend gewesen. Um mehr herauszufinden, müsste er Bartimaeus herbeizitieren. »Vielleicht war der Dämon sogar ganz in der Nähe, Loveless auf den Fersen.« Die Linsen verrieten zwar nichts, doch der Djinn hätte ohnehin auf den ersten vier Ebenen seine Erscheinung verändert. Hinter jedem der scheinbar so gediegenen Gäste konnte sich ein Dämon verbergen. Er blieb eine ganze Weile Gedanken verloren am Rand einer kleinen Gruppe Zauberer stehen. Nur allmählich sickerte ihre Unterhaltung in sein Bewusstsein. Ein so gut aussehender Mann. Ist er in festen Händen? »Simon Loveless. Doch, da gibt es eine Frau, aber mir fällt ihr Name nicht ein.« »Lass bloß die Finger von dem Diviner. Er ist nicht mehr der große Zampano wie früher.« »Aber er hat doch die Konferenz nächste Woche organisiert. Und er sieht wirklich blendend aus.« »Dafür musste er Deverot auch lange genug in den Hintern kriechen. Nein, mit dem geht es bergab.« »Der PM hat ihn kaltgestellt. Loveless hat sich schon vor einem Jahr um das Innenministerium bemüht, aber Duval hat es verhindert. Er kann Loveless nicht ausstehen. Frag mich nicht, wieso.« »Das da neben Loveless ist doch der alte Shaila, stimmt's? Wen oder was hat er denn beschworen, dass sein Gesicht so aussieht? Dagegen ist ja jeder Kobold eine Schönheit.« »Ich muss schon sagen, für einen Minister umgibt sich Loveless mit merkwürdigen Freunden. Wer ist der schmierige Kerl daneben?« »Das ist Leim, glaube ich. Landwirtschaft.« »Heil, glatter Typ.« »Wo soll diese Konferenz überhaupt stattfinden?« »An irgendeinem gottverlassenen Ort außerhalb von London.« »Oh nein, wirklich? Wie entsetzlich langweilig. Wahrscheinlich riecht es dort auch noch nach Kuhstall.« »Tja, wenn es der PM nun mal so haben möchte.« »Grässlich.« »Trotzdem, er sieht so gut aus.« »John?« »Du bist eine dumme Gans, Divina. Ach übrigens, wo er wohl den Anzug hier hat?« »John!« Wie aus dem Boden gewachsen, stand plötzlich Mrs. Underwood mit gerötetem Gesicht, vielleicht aufgrund der Hitze im Saal vor Nathaniel, und packte ihn nur am Arm. »John, ich rufe schon die ganze Zeit nach dir. Gleich hält Mr. Devereaux seine Rede. Wir müssen nach hinten. Hier vorne ist für Minister reserviert. Komm schnell!« Sie wichen zur Seite, als die anderen Gäste in unbeirrbarem Herdentrieb und mit klappernden Absätzen und raschelnden Gewänder nach vorn zu einem kleinen, mit purpurrotem Stoff drapierten Podium drängten, das man aus einem Nebenraum hereingerollt hatte. In dem allgemeinen Geschiebe wurden Nathaniel und Mrs. Underwood hin und her geschubst, bis sie schließlich ganz hinten am Rand der Menge neben den Terrassentüren standen. Die Zahl der Gäste war seit ihrer Ankunft beträchtlich gestiegen. Nathaniel schätzte, dass sich inzwischen mehrere hundert Leute im Saal eingefunden hatten. Mit jugendlichem Schwung sprang Rupert Devereaux auf die Bühne. »Meine Damen und Herren, verehrte Minister, ich freue mich sehr, Sie heute Abend hier begrüßen zu dürfen.« Er hatte eine angenehme, tiefe, aber energische Stimme und sprach mit selbstverständlicher Autorität. Spontaner Jubel und Beifall brandeten auf. Mrs. Underwood hätte vor lauter Aufregung fast ihr Champagnerglas fallen lassen. Auch Nathaniel applaudierte begeistert. »Eine Regierungserklärung ist für mich immer eine besonders erfreuliche Aufgabe«, fuhr Devereaux fort. »Schon deswegen, weil ich bei diesen Anlässen stets so vielen wunderbaren Menschen begegne.« Noch mehr Beifallsrufe und Jubel ließen das Gebälk der altehrwürdigen Halle erzittern. »Vielen, vielen Dank. Ich freue mich außerordentlich, Ihnen heute Erfolge an allen Fronten vermelden zu können, sowohl hier bei uns als auch im Ausland. Ich gehe gleich näher ins Detail, aber ich darf Ihnen schon verraten, dass unsere Truppen die italienischen Rebellen bei Turin zum Stehen gebracht haben und sich jetzt für den Winter eingraben. Obendrein haben unsere Gebirgsjäger ein tschechisches Expeditionskorb aufgerieben. Seine Stimme wurde kurz von Applaus übertönt. »Und eine ganze Reihe feindlicher Dschinn vernichtet.« Er machte eine kleine Pause. An der Heimatfront wurde erneut Besorgnis hinsichtlich weiterer kleiner Diebstähle in London geäußert. Allein in den letzten Wochen wurden mehrere magische Gegenstände als gestohlen gemeldet. »Wir wissen alle, dass es sich um das Treiben einer Handvoll Verräter handelt, lächerlicher, unbedeutender Taugenichtse.« »Gleichwohl müssen wir der Sache Herr werden, damit es Ihnen andere gewöhnliche, unvernünftig, wie Sie nun mal sind, nicht nachmachen. Deshalb werden wir zu drastischen Maßnahmen greifen, um diesem Vandalismus Einhalt zu gebieten. Ich bin sicher, dass das Ministerium für Innere Angelegenheiten mit Hilfe dieser zusätzlichen Befugnis die Rädelsführer schon bald hinter Schloss und Riegel bringen wird.« In diesem Stil ging die Ansprache weiter, immer wieder durch den Applaus der begeisterungsfähigen Zuhörerschaft unterbrochen. Der magere Gehalt der Rede verwässerte rasch zu einer Anhäufung sich ständig wiederholender Plattitüden über die Verdienste der Regierung und die Ruchlosigkeit ihrer Feinde. Irgendwann wurde es Nathaniel langweilig. Er spürte förmlich, wie sich sein Gehirn beim angestrengten Zuhören allmählich in Grütze verwandelte. Schließlich gab er es auf und sah sich lieber etwas um. Wenn er sich halb umdrehte, konnte er durch eine offene Tür auf die Terrasse hinausblicken. Durch die Marmorbalustrade sah man das schwarze Band der Temse, das hier und dort im Widerschein der gelben Lichter vom Südufer aufblinkte. Der Fluss stand hoch und strömte unter der Westminster Bridge hindurch in Richtung Docklands und mehr. Offenbar war noch jemand zu dem Schluss gelangt, dass die Rede unerträglich weitschweifig war und hatte sich auf die Terrasse gerettet. Nathaniel sah ihm am Rand des breiten Lichtstreifens stehen, der durch die Saaltür nach draußen fiel. Entweder war es ein ziemlich unhöflicher Gast, der dem Premierminister so schnöde den Rücken kehrte, oder aber, was wahrscheinlicher war, es handelte sich um einen Sicherheitsbeamten. Nathaniels Gedanken schweiften ab. Er stellte sich den Schlamm auf den Grund der Temse vor. Bestimmt war Bartimeos Tabakdose schon fast darin versunken, für alle Zeiten verloren und vergessen im strömenden Dunkel. Aus dem Augenwinkel bemerkte er, dass der Mann auf der Terrasse eine jäh entschlossene Bewegung machte, als zöge er etwas Großes aus seiner Jacke oder seinem Mantel. Nathaniel kniff angestrengt die Augen zusammen, doch die Dunkelheit verbarg den Unbekannten. Hinter sich hörte er immer noch die honigsüße Stimme des Premierministers. »Wir leben in einer Epoche der Stabilisierung, liebe Freunde. Wir sind die bedeutendste magische Elite der Welt. Wir sind unübertroffen!« Der Unbekannte näherte sich der Terrassentür. Nathaniels Linsen registrierten ein farbiges Aufblitzen, etwas, das mehr als eine Ebene umfasste. »Wir müssen dem Beispiel unserer Vorfahren folgen und danach trachten!« Nathaniel überlegte, ob er etwas sagen sollte, doch ihm klebte die Zunge am Gaumen. Der Unbekannte sprang über die Schwelle in den Saal. Es war ein Jugendlicher mit dunklen, funkelnden Augen. Er trug schwarze Jeans und einen schwarzen Anorak und hatte sich das Gesicht mit einer dunklen Flüssigkeit oder Paste beschmiert. In den Händen hielt er eine hellblaue, matt pulsierende Kugel von der Größe einer Pampelmuse. Nathaniel sah winzige weiße Objekte darin umherschwirren, immer im Kreis herum. »Künftige Vorherrschaft! Unsere Feinde gehen in die Knie!« Der junge Mann hob den Arm. Die Kugel schimmerte im Schein der Lampen. Aus der Menge ertönte ein Keuchen. Jemand hatte etwas gesehen. »Und ich wiederhole noch einmal!« Nathaniel öffnete den Mund zu einem stummen Schrei. Der Arm schnellte hervor. Die Kugel verließ die Hand. »Sie gehen in die Knie!« Der blaue Ball flog in hohem Bogen über Nathaniels Kopf, über die Köpfe der Zuhörer hinweg. Wie ein Kaninchen vor der Schlange konnte Nathaniel den Blick nicht davon losreißen. Der Flug der Kugel schien eine Ewigkeit zu dauern. Es wurde ganz still im Saal, und bis auf das leise Zischen des Flugobjekts war nichts zu hören. Nur der Ansatz eines erstickten, hohen Frauenstreis im Publikum. Die Kugel ging nieder und wurde von der Menge verdeckt. Dann hörte man das Klirren zersplitternden Glases und einen Sekundenbruchteil später die Explosion. Zerspringt eine Elementenkugel in einem geschlossenen Raum, hat das schreckliche und zerstörerische Folgen. Je kleiner der Raum, bzw. je größer die Kugel, desto verheerender die Wirkung. Nathaniel und der Großteil der versammelten Zauberer konnten von Glück sagen, dass die Westminster Hall so riesig und die betreffende Kugel relativ klein gewesen war. Trotzdem war das Resultat bemerkenswert. Als das Glas zersplitterte, stoben die Elemente, die darin seit vielen Jahren zusammengesperrt gewesen waren und einander aufgrund ihrer unterschiedlichen Natur und der begrenzten Verständigungsmöglichkeiten zutiefst verabscheuten, mit ungezügelter Gewalt auseinander. Feuer, Wasser, Luft und Erde. Alle vier entwichen mit rasender Geschwindigkeit aus ihrem winzigen Gefängnis und entfesselten nach allen Richtungen ungeheures Chaos. Wer zufällig in der Nähe stand, wurde gleichzeitig vom Sturm getroffen, mit Steinen bombardiert, von Feuer versenkt und von Flutwellen überrollt. Fast die gesamte Zaubererversammlung rund um das Epizentrum der Explosion fiel um wie ein Kegelspiel. Nathaniel war vor dem Schlimmsten geschützt, da er ganz am Rand der Menge stand, doch auch er wurde von der Druckwelle umgerissen und gegen die Terrassentür geschleudert. Die meisten mächtigeren Zauberer kamen so gut wie unversehrt davon. Sie hatten ihre Sicherheitsvorkehrungen getroffen, zumeist in Gestalt gefangener Djinn, die angewiesen waren, sich sofort zu materialisieren, sobald sie feindliche Magie in der Nähe ihrer Meister registrierten. Schutzschilde lenkten die Wassergüsse, Flammenstöße und umherfliegenden Erdbrocken ab oder absorbierten sie und ließen die Windböen heulend ins Deckengebälk fahren. Einige der unbedeutenderen Zauberer und ihre Begleiter hatten nicht so viel Glück. Etliche wurden zwischen den Schutzwellen ihrer Kollegen hin- und hergeworfen und von den miteinander wetteifernden Elementen bewusstlos geknüppelt. Andere wurden von dampfenden Sturzbächen über die Steinfliesen gespült und als triefender Haufen in die Hallenmitte geschwemmt. Der Premierminister hatte sich bereits in Sicherheit gebracht. Noch bevor die Kugel etwa drei Meter vor der Rednertribüne zerschellte, war plötzlich ein dunkelgrüner Afrit erschienen, hatte den Premierminister in einen hermetischen Mantel gehüllt und war wie der Blitz mit ihm durch ein Oberlicht in der Hallendecke verschwunden. Von seinem Aufprall gegen die Tür noch ein wenig benommen, versuchte Nathaniel wieder auf die Beine zu kommen, als er zwei Männer in grauen Jacken mit erschreckender Geschwindigkeit auf sich zurennen sah. Er ließ sich wieder zu Boden fallen und sie sprangen über ihn durch die Tür auf die Terrasse hinaus. Als der Zweite mit einem gewaltigen Satz über ihn hinweg schnellte, stieß er ein eigentümlich kehliges Knurren aus, bei dem Nathaniel die Haare zu Bergen standen. Dann hörte man von der Terrasse erst ein Scharren, dann ein kratzendes Geräusch wie von Krallen auf Stein und schließlich platschte es zweimal. Nathaniel hob vorsichtig den Kopf. Die Terrasse war leer. Im Saal hatte sich die angestaute Wut der entfesselten Elemente inzwischen ausgetobt. In den sprüngenden Steinfußboden stand Wasser, auf den Wänden und den Gesichtern der Gäste klebten Erdklumpen und am Saum des roten Bühnenvorhangs leckten hier und da noch kleine Flammen. Die meisten Zauberer regten sich wieder, rappelten sich hoch oder halfen anderen beim Aufstehen. Nur wenige blieben der Länge nach liegen. Diener kamen die Treppe herunter und aus den benachbarten Räumen herbeigeeilt. Langsam fanden die Gäste auch ihre Stimmen wieder. Man hörte Rufen und Weinen und ab und zu entrang sich jemandem noch nachträglich ein ziemlich überflüssiger Schrei. Nathaniel stand auf, ignorierte den stechenden Schmerz in der Schulter, mit der er gegen die Wand geknallt war und machte sich besorgt auf die Suche nach Mrs. Underwood. Seine Schuhe rutschten auf dem matschbedeckten Boden. Der dicke Mann im weißen Anzug stützte sich auf seine Krücken und redete auf Simon Lovelace und den alten, verrunzelten Zauberer ein. Keiner der drei schien bei dem Anschlag viel abbekommen zu haben, obwohl Lovelace' Stirn diverse Schrammen und seine Brille etliche kleine Sprünge aufwies. Als Nathaniel an ihnen vorbeikam, wandten sie sich gerade einander zu und murmelten offenbar im Chor eine Formel, denn plötzlich materialisierten sich direkt vor ihnen sechs große schlanke Djinn in silbrigen Umhängen. Knappe Kommandos ertönten und die Dämonen erhoben sich in die Luft, sausten auf die Terrasse und hinaus in die Nacht. Mrs. Underwood saß mit verdutzten Gesicht auf ihrem Allerwertesten. Nathaniel kniete sich neben sie. Alles in Ordnung? Ihr Kinn war dreckverschmiert und das Haar über einem Ohr ein wenig angesenkt, doch sonst schien sie unverletzt. Nathaniel spürte vor Erleichterung einen Kloß im Hals. Doch, doch, ich glaube schon, John. Du musst mich nicht so festdrücken. Ich bin froh, dass dir nichts passiert ist. Wo ist Arthur? Ich weiß nicht. Nathaniel ließ den Blick über die durchnässte Menge schweifen. Da drüben! Sein Meister hatte offensichtlich keine Zeit gehabt, sich mit einem wirksamen Schutzschild zu umgeben, jedenfalls nach seinem Bart zu urteilen, der an einem vom Blitz gespaltenen Baum erinnerte. Die Explosion hatte ihm das Jackett und das schicke Hemd über der Brust weggefetzt und ihm nur die angekokelte Weste und die qualmende Krawatte übrig gelassen. Auch seine Hose hatte gelitten. Sie fing jetzt oben zu spät an und hörte unten zu früh auf. Mr. Underwood stand neben einer Gruppe anderer Gäste, denen es ähnlich gegangen war, und schaute mit rotem, rußverschmiertem Gesicht und großer Empörung um sich. Ich glaube, er hat es überlebt, sagte Nathaniel. Geh hin und hilf ihm, John. Nun lauf schon. Mir geht's gut, ehrlich. Ich will nur noch ein bisschen hier sitzen bleiben. Nathaniel näherte sich seinem Meister mit einer gewissen Zurückhaltung. Er traute Underwood zu, ihm irgendwie auch an dieser Katastrophe die Schuld zu geben. Sir, geht es Ihnen... Sein Meister schien ihn überhaupt nicht wahrzunehmen. Unter seinen geschwärzten Augenbrauen funkelte heller Zorn. Mit herrischer Geste zurrte er die zerlumpten Überbleibsel seines Jacketts zusammen und schloss sie mit dem einzigen ihm verbliebenen Knopf. Dann strich er sich die Krawatte glatt, wobei er zusammenzuckte, weil sie noch heiß war, und marschierte auf das nächstbeste Grüppchen zu. Da er nicht wusste, was er sonst machen sollte, trottete Nathaniel hinterher. Wer war das? Haben Sie ihn gesehen? Stieß Underwood abgehackt hervor. Eine Frau, der das Abendkleid wie feuchtes Seidenpapier von den Schultern hing, schüttelte den Kopf. Es ging alles so schnell. Ein paar andere nickten. Irgendwas kam von hinten angeflogen. Vielleicht durch ein Portal. Ein abtrünniger Zauberer, oder? Ein weißhaariger Mann mit weinerlicher Stimme mischte sich ein. Angeblich ist jemand über die Terrasse hereingekommen. Unmöglich! Wozu ist denn der Sicherheitsdienst da? Entschuldigung, Sir. Dieser Widerstand! Glauben Sie die... Lovelace, Shiloh und Pin haben Spürdämonenfluss abwärts geschickt. Sir. Der Schurke muss in die Temse gesprungen und vor der Strömung mitgerissen worden sein. Sir, ich hab ihn gesehen. Jetzt endlich drehte sich Underwood zu Nathaniel um. Was? Was hast du eben gesagt? Ich hab ihn gesehen, Sir. Den Jungen auf der Terrasse. Ich warne dich, wenn du lügst! Nein, Sir. Das war kurz bevor er geworfen hat, Sir. Er hatte eine blaue Kugel in der Hand. Er kam durch die Tür gerannt und hat sie geworfen. Es war ein Junge mit dunklem Haar. Nicht viel älter als ich, Sir. Er war dünn und hatte einen dunklen Mantel an, glaube ich. Was er gemacht hat, nachdem er die Kugel geworfen hat, hab ich nicht mitgekriegt. Es war eine Elementkugel. Ganz bestimmt, Sir. Eine kleine. Das heißt, man muss kein Zauberer sein, um sie zu zerbrechen. Nathaniel holte Luft und wurde sich plötzlich bewusst, dass er im Überschwang ein weit größeres magisches Wissen preisgegeben hatte, als es einem Gehilfen, der noch nicht einmal seinen ersten Mauler beschworen hatte, eigentlich zustand. Doch weder Underwood noch einem der anderen Zauberer schien das aufgefallen zu sein. Es dauerte eine Weile, bis sie das Gehörte verdaut hatten. Dann wandten sie sich ab und fingen in zungenbrecherischem Tempo wieder zu plappern an, wobei sie einander in ihrem Eifer, ihre jeweils höchstpersönliche Theorie zu verkünden, ständig ins Wort fielen. Das kann nur die Widerstandsbewegung gewesen sein. Aber sind das jetzt Zauberer oder nicht? Ich hab ja immer gesagt. Underwood, Sie arbeiten doch in der Abteilung für innere Angelegenheiten. Sind in letzter Zeit irgendwelche Elementkugeln als gestohlen gemeldet worden? Wenn ja, was haben Sie diesbezüglich unternommen, verdammt nochmal? Tut mir leid. Streng vertraulich. Murmeln Sie gefälligst nicht in die Reste Ihres Bartes. Wir haben ein Recht auf Informationen. Meine Damen und Herren. Die Stimme war leise, doch sie tat sofort ihre Wirkung. Das Geschnatter verebte. Alle drehten sich um. Simon Lovelace war zu den Diskutierenden getreten. Sein Haar war wieder ordentlich gekämmt. Trotz der zersprungenen Brille und der zerschrammten Stirn wirkte er so elegant wie eh und je. Nathaniel klebte sofort wieder die Zunge am Gaumen. Lovelace blickte mit seinen flinken, dunklen Augen von einem zum anderen. Aber ich bitte Sie, bedrängen Sie den armen Arthur nicht so, sagte er. Das mechanische Lächeln huschte über sein Gesicht. Der arme Kern ist für diesen Vorfall nicht verantwortlich. Der Attentäter ist offenbar vom Fluss her gekommen. Ein Mann mit schwarzem Bart zeigte auf Nathaniel. Das hat der Junge auch gesagt. Die dunklen Augen richteten sich auf Nathaniel und weiteten sich kaum merklich, als Lovelace ihn erkannte. Ach, der junge Underwood. Du hast ihn also gesehen? Nathaniel nickte stumm. Aha, ganz aufzack, wie immer. Hat er denn schon einen Namen, Underwood? Ja, John Mandrake. Ich habe ihn offiziell eintragen lassen. Also, John. Die dunklen Augen fixierten ihn. Da kannst du dir ja gratulieren. Niemand, mit dem ich bis jetzt gesprochen habe, hat den Attentäter gesehen. Kann gut sein, dass die Polizei demnächst eine Aussage von dir braucht. Nathaniel bekam endlich seine Zunge wieder frei. Ja, Sir. Lovelace wandte sich wieder an die anderen. Der Attentäter hat mit einem Boot unterhalb der Terrasse angelegt, ist über die Ufermauer geklettert und hat dem Wächter die Kehle durchgeschnitten. Wir haben keine Leiche gefunden, aber reichlich Blut, woraus man schließen kann, dass er die Leiche in die Thämse geworfen hat. Nach dem Attentat ist er offenbar selbst ins Wasser gesprungen und hat sich von der Strömung davontragen lassen. Vielleicht ist er ertrunken. Der Mann mit dem schwarzen Bart schüttelte missbilligend den Kopf. Das ist ja unerhört. Was hat sich du weiblos dabei gedacht? Die Polizei muss doch sowas verhindern. Lovelace hob beschwichtigend die Hand. Da bin ich ganz ihrer Meinung. Immerhin haben zwei Beamte sofort die Verfolgung aufgenommen. Vielleicht finden sie eine Spur, auch wenn das im Wasser schwierig ist. Ich habe außerdem ein paar Djinn ausgeschickt, um die Ufer abzusuchen. Mehr kann ich ihnen im Moment leider nicht sagen. Wir können froh sein, dass der Premierminister in Sicherheit ist und niemand Wichtiges getötet wurde. Wenn ich vorschlagen dürfte, dass sie jetzt vielleicht alle nach Hause gehen, um sich von dem Schreck zu erholen und sich umzuziehen. Wir werden ihnen auf jeden Fall demnächst weitere Informationen zukommen lassen, wenn sie mich entschuldigen wollen. Er verabschiedete sich lächelnd und trat zur nächsten Gruppe Gäste. Die Zurückbleibenden starrten ihm mit offenen Mündern nach. Was für ein Arroganter! Der schwarzbärtige Zauberer unterbrach sich mit verächtlichem Schnauben. Man sollte nicht glauben, dass er bloß stellvertretender Handelsminister ist. Eines schönen Tages wird ihm mal einer Fried auflauern. Also ich gehe jetzt nach Hause, aber wenn Sie unbedingt noch hierbleiben wollen! Er stapfte davon und einer nach dem anderen folgte ihm. Mr. Underwood sammelte schweigend seine Frau ein, die gerade angeregt ihre Blessuren mit denen eines Ehepaares aus dem Außenministerium verglich und sie verließen mit Nathaniel im Schlepptau die verwüstete Westminster Hall. Ich kann nur hoffen, sagte sein Meister, dass nach dieser Geschichte endlich mein Budget erhöht wird. Was erwarten die denn von einer mickrigen Abteilung mit sechs Zauberern? Ich kann schließlich keine Wunder vollbringen! Auf der Rückfahrt lastete zuerst dumpfes Schweigen über den Dreien im Wagen und der Geruch nach versenktem Bart. Als sie jedoch die Innenstadt hinter sich gelassen hatten, wurde Underwood plötzlich gesprächig. Ihm schien etwas im Kopf herum zu gehen. Es ist doch nicht deine Schuld, mein Lieber, sagte Mrs. Underwood tröstend. Natürlich nicht, aber man wird sie mir in die Schuhe schieben. Du hast es ja gehört, Junge. Man hat mir die Verantwortung für die vielen Diebstähle zu Last gelegt. Nathaniel wagte eine seiner seltenen Fragen. Was für Diebstähle, Sir? Underwood schlug verärgert auf das Steuerrad. Natürlich die vom sogenannten Widerstand verübten! Es geht um magische Gegenstände, die unvorsichtigen Zauberern in ganz London gestohlen wurden. Gegenstände wie diese Elementenkugel zum Beispiel. Wenn ich mich recht entsinne, wurden im Januar tatsächlich einige Elementenkugeln aus einem Lagerhaus entwendet. In den letzten Jahren hat diese Art Diebstähle ständig zugenommen und ausgerechnet ich soll dagegen vorgehen. Mit einer Abteilung von nur sechs Leuten! Nathaniel fasste Mut und beugte sich auf dem Rücksitz vor. Entschuldigung, Sir, aber wer ist eigentlich dieser Widerstand? Underwood fuhr zu schnell um eine Kurve und konnte nur knapp einer älteren Dame ausweichen, die vor Schreck in den Rindstein hüpfte, als er auf die Hupe einhämmerte. Ein Haufen Verräter, die es nicht ertragen, dass wir hier das Sagen haben, knurrte er. Tja, als hätten nicht wir diesem Land erst zu Wohlstand und Ansehen verholfen. Wer alles dazu gehört, weiß man nicht genau, aber sehr viele können es nicht sein. Eine Handvoll gewöhnliche, die auf ihren heimlichen Treffen neue Anhänger werben, ein paar schwachsinnige Unruhestifter, die sich über die Magie und das, was sie ihnen Gutes tut, ärgern. Es sind also keine Zauberer, Sir? Natürlich nicht, du Dummkopf! Das ist doch gerade der springende Punkt. Es sind stinknormale Leute. Sie verabscheuen uns und alles, was mit Magie zu tun hat und wollen die Regierung stürzen. Tja, als ob sowas überhaupt möglich wäre. Er raste über eine rote Ampel und wedelte ungeduldig mit dem Arm aus dem Fenster, als sich ein paar Fußgänger mit einem Satz auf den Bürgersteig in Sicherheit brachten. Aber warum stehlen Sie dann magische Gegenstände, Sir? Ich meine, wenn Sie Magie doch verabscheuen. Na, er weiß schon, was in Ihren kranken Köpfen vor sich geht. Schließlich sind es bloß Gewöhnliche. Wahrscheinlich bilden Sie sich ein, damit unsere Macht zu schwächen. Als könnte uns der Verlust von ein paar Gegenständen ernsthaft erschüttern. Allerdings können manche Gegenstände sogar von Nicht-Magiern benutzt werden, wie du heute gesehen hast. Gut möglich, dass sie für einen künftigen Angriff Waffen horten. Vielleicht im Auftrag einer fremden Regierung. Das wissen wir erst, wenn wir sie erwischt und ausradiert haben. Und das heute war Ihr erster richtiger Angriff, Sir? Nö, der erste in dieser Größenordnung. Es hat schon vorher ein paar lächerliche Zwischenfälle gegeben. Maulergläser, die auf Staatslimousinen geworfen wurden. Solche Sachen eben. Auch Zauberer wurden dabei verletzt. In einem Fall ist ein Fahrer verunglückt und während er noch bewusstlos war, wurde ihm die Aktentasche mit mehreren magischen Gegenständen aus dem Wagen gestohlen. Das war für den Trottel natürlich äußerst peinlich. Aber heute ist die Widerstandsbewegung endgültig zu weit gegangen. Du hast gesagt, der Attentäter war noch jung? Ja, Sir. Interessant. Auch an den anderen Tatorten wurden Jugendliche gemeldet. Aber ganz gleich, ob jung oder alt, diese Diebe werden den Tag noch verfluchen, an dem wir sie schnappen. Nach dem heutigen Abend muss jeder, der im Besitz von magischem Diebesgut ist, mit den härtesten Strafen rechnen, die unserer Regierung zur Verfügung stehen. Die Schuldigen werden keines leichten Todes sterben. Das kann ich dir versichern. Hast du was gesagt, Junge? Nathaniel war unwillkürlich ein Laut entschlüpft, eine Mischung aus Würgen und Quieten. Ganz plötzlich hatte er das gestohlene Amulett von Samarkand vor sich gesehen, das in diesem Augenblick irgendwo in Underwoods Arbeitszimmer versteckt war. Er schüttelte stumm den Kopf. Der Wagen bog um die letzte Kurve und schnurrte die dunkle, stille Straße entlang. Underwood parkte direkt vor dem Haus. Denk an meine Worte, Junge, sagte er. Jetzt muss die Regierung endlich etwas unternehmen. Gleich morgen früh fordere ich für meine Abteilung Verstärkung an. Dann können wir den Dieben vielleicht endlich das Handwerk legen. Und wenn wir sie haben, reißen wir ihnen die Glieder einzeln aus. Er stieg aus, knallte die Autotür zu und ließ eine nach versenktem Bart stinkende Wolke zurück. Mrs. Underwood drehte sich nach der Rückbank um. Nathaniel saß stocksteif da und starrte mit leerem Blick vor sich hin. Noch einen heißen Kakao vor dem Schlafen gehen, mein Lieber? fragte sie. Untertitelung des ZDF, 2020